Guten Morgen! Oh, Durst habe ich. Ich höre auch, glaube ich, einen Wasserfall. Oder es ist einfach nur das Meer, was hier unten plätschert. Ja, es kann sein, dass das den gleichen Sound hat. Aber so wie es aussieht, haben wir da hoch nochmal so einen Teich. Ja? Ja. Ach so, ja, in die Richtung da, ne? In die Richtung, also jetzt erstmal hier so schräg hoch, sag ich mal. Ah ja, direkt am Weg, ne? Boah, und ich esse hier Beeren, das bringt auch ein bisschen was. Ähm, runter doch. So, dann würde ich sagen, äh, gehen wir mal raus. Ich kann doch so einen Energy-Drink reinfeffern. Voller Bergsteigen hier. Das Haus stehen lassen? Oh ja, wir haben ja genug Gedönse. Es sei denn, du willst es mitnehmen und zurückgehen? Wahrscheinlich nicht. Ich schadet ja nicht, ne? Ich schadet ja nicht, ne? Wenn man sowas nochmal da stehen hat. Bin ich Calvin, oder was? Calvin Dö. Wo war denn jetzt der blöde Teut? Ach, da warst du schon da, ne? Ja. Jupp. Können Sie bitte? Ich hab Durst. Voll die Kracht hier. Oh. Mal ein bisschen Fleisch essen. Ich kann euch noch mal ein Elch erlegen. Ah, hier ist ein Gleiter, wenn ich das richtig sehe. What? Das war natürlich auch nice. Uh. Die sind ja jetzt irgendwie richtig neu reingekommen. Nimmt man den mit? Ja, man nimmt den mit. Aha. Nein. Ach ja. Oh boy. Ich sehe uns schon tot unten irgendwo liegen. Ich würde vielleicht hier nochmal kurz einen Speicherpunkt machen, oder? Ist vielleicht gesünder. Hat jetzt hier jeder so einen Gleiter? Ja. Ja. Äh. Ja, nein. Oh. Das stellt sich so ein bisschen. Bisschen die Frage. Gute Frage. Hier vorne ist eine kleine Schlucht. Das waren seine berühmten letzten Worte. Die müssen dann gleich alle reinfallen werden. Wow. Oh. Oh. Ah. Und? Ich bin auch am Leben. Konntest ja irgendwie auch sowas wie fliegen. Bedingt. Also ich bin nicht. Ich habe keine Verletzung davor getragen. Also der funktioniert automatisch. Okay. Okay. Also ist es einfach zu schnell runterfallen, oder? Ne. Ich glaube man könnte das Ding theoretisch auch steuern. Können wir nicht jetzt. Ich traue mich nicht. Aber. For the content. Ach doch. Ja. Ja. Cool. Mit fliegen. Okay. Uh. Alter. Okay. Ich fliege nach Hause. Das ist ja richtig. Nice. Oh. Jetzt kommen hier die Bäume. Mal gucken was das Spiel draus macht. Ja. Moin. Mach nur. Hopp. Ja. Man muss halt ein bisschen Schwung eigentlich holen. Ja. Du. Also. Wenn du einmal den Dreh raus hast, ist das eigentlich ganz geil. Jetzt müsste Calvin's. Äh. Calvin 1. Auto Alpha fliegen. Das wäre auch geil. Ja. Also. Ich würde sagen. Wir nehmen die einfach mit. Genau. Wir nehmen die mit. Zum nächsten GPS drauf. Ne. Ist die Frage. Kann man das hier unterwegs rausholen? Ne. Doch. Kannste. Also wenn du mit dem Ding läufst, kannst du das auf jeden Fall rausholen. Ja. Ja. Aber wenn du mit dem fliegst nicht. Achso. Du fliegst dann ja gut. Ich bin am laufen. Ja. Ich guck grad mal. Ich flieg ja eigentlich gar nicht so. Also eigentlich flieg ich doch. Bestimmt doch gar nicht merkwürdig aus dem Mini wie Motten unterwegs sind bald. Ne. Ach ne. Vor allem sind hier irgendwelche Viecher hier. What up des Miner. Ja. Aber würde es nicht sogar theoretisch Sinn machen mit dem Ding äh. Erstmal kurz zur Base zu fliegen. Dass man es da hat. Ja. Oder wir sind halt jetzt schon gleich an dem Punkt. Also an dem letzten GPS. Ja. Ich würde es halt auch auf dem Rückweg gleich dann einfach mit dahin nehmen. Weil. Vielleicht kann man ja auch von da. Also von dem letzten GPS Punkt dann. Gleiten. Gleiten. Direkt dahin gleiten ja. Oh oh. 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 Ne du nimmst so erstaunlich. Ich bin gegen so einen Baum und dann so runter. Ich dachte. Oh was passiert. Ja. Das hatte ich mir nämlich gedacht, dass wir nämlich... Nur in dem Moment beim Fallen halt den, äh, also den Glider, den musst du wieder aufnehmen. Aber ja. Das hatte ich mir nämlich gedacht, dass wir nämlich jetzt hier die Eingeborenen haben und dann haben wir einfach so einen Gleiter in der Hand. Hier ist noch ein Zeltlager. Gut, vielleicht sollten wir uns erstmal wieder sammeln. Ja, ich, ja, okay, wir sind alle hier zusammen. Achso, ja, ihr, also ihr seid zusammen, so meint ihr das. Ja, du bist aber auch nicht weit weg. Ja, ich komm zurück. Hier ist auf jeden Fall, äh, hier sind Eingeborene und ein Zeltlager. Ich leg den Gleiter mal eben ins, äh, ja, moin. Äh, ich wollte hier nochmal, ich leg das mal kurz ins Zeltlager. Oh. Kommt man denn hier wieder raus? Noch ein bisschen Stoff. Was, wie viel hab ich zu viel? Oh. Äh, wie kommt man nochmal aus dem Gleiter raus? Äh, geh. Ach, geh, stimmt, zum Wegschwungen, ja, ja. Ach, ich dachte grad, das sah grad, das sah grad von mir aus aus als hätte zu dem, äh, eingeborenen, äh, den Gleiter an den Kopf geworfen. Oh, ja. Also hier ist noch ein Zeltlager. Oh. Ja, wenn die, das wär auch witzig, wenn die Kannibalen oder die Eingeborenen mit dem Gleiter mal so unterwegs wären. Ach, du Alarm. Du siehst auf einmal Mietlauf, wie er von oben runterplätscht. Hahaha. Das ist auch krass, wie die so trauern, ne? Ja. Ja, lass mir doch mal trauern. Gut. Gleiter mitnehmen und weiter geht's. Ja, wie ich sag, lassen wir den halt mal trauern. Nee, wird nicht getrauert. Geht her, deine Ledergeldbörse. Hast du Trauerhilfe? Nix. Noch nicht mal was dabei. Hier. Oh, da gab's noch eine Lederbölle. Ah, da geht's. So, wo ist denn jetzt? Vom Walpen sieht man ja aus, als, äh, hier ist noch ein Gleiter. Vom Walpen sieht man ja aus, als hätte man irgendwie so sein Zelt die ganze Zeit dabei. Hm. Sieht ein bisschen aus wie Motten. Okay, wenn zwei vor der Beacon. Hast du noch mehr Eingeborene? Ja, wir gucken mal, also ich würde jetzt erstmal zum, zum Punkt laufen, oder? Ja, ist halt nur doof. Ist ja eh die Richtung. Ja, ist auch so halb. Vor allem, für was halten die uns wohl, dass wir hier... die ganze Zeit immer mit den Dingern rum... rumnatschen. Für Dummköpfe. Guckt ihr da an die Dummköpfe. Wissen die echt nicht, dass man das Ding fliegen kann. Kann auch einen Regenschutz nehmen. Niii. 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 Es fiepst. Ja. Man sieht ja schon, dass wir aussuchen. Gucken. Schmeiß ich erstmal hier weg. Ich habe schon einen Stöhnen gehört. Was ist das denn? Stopp. Wo kam sie denn? Was ist das denn? Wo kam sie denn? Wo kam sie denn? Wo kam sie denn? Schmeiß du. Nicht doof. Wirklich. Es dreht sich die ganze Zeit mit. Ruhe hier. Bauern ist nicht gestattet. Das muss doch hier irgendwo sein. Hier, ist ein Grab. Da muss man ja auch buddeln. Boah. Vielleicht muss man das hier mal einer mit der Axt zerhauen oder so. Du meinst das Kreuz. Kann man das zerhauen? Und buddeln? Vielleicht muss man das auch sprengen. Meinst du, der hängt da oben drauf, oder? Wir roden einfach alle. Ja. Können wir noch mal LKL eingeboren, nur. Ins Auge. Okay. So. Jetzt aber mal hier. Also. Irgendwie zum Buddeln oder so habe ich hier. Kriege ich hier nichts angezeigt. Ja, aber der wird ja dann. Also ich meine, aber das ist ja hier. Müssen wir das vielleicht auch sprengen, weil hier ist ja auch kein, kein Dingsymbol. Kein. Wäre das auch bestimmt ein Sprengsymbol oder irgendwas, oder? Das kann sein. Oder meinst du, hier ist irgendwo ein Höhleneingang oder sowas, dass da hier drunter ist? Ich muss mir vorstellen. Was piepten hier gerade? Was war denn das gerade? Hinter uns ist nochmal ein. Ja, aber hier ist doch nirgends ein Höhler oder sowas. Also. Keine Erhöhung in dem Sinne. Ich vermute, dass man da vielleicht auch irgendwie von unten rankommt. Das wäre aber... Freulich. Das ist aber auch eher in der Richtung hier. Man kann ja, wenn man aufs Mausrad drückt, ranzoomen. Ja, genau. Nee, ist doch in der Richtung. Hm. Oder hat irgendeiner von denen im Lederbeutel was gehabt? Aber glaube ich nicht, dass die das im Lederbeutel verstecken. Das ist schon... Ja, aber das muss ja auch... Komisch. Guck mal, wie Calvin 2 da einfach rumsteht. Guck mal, ich kann Calvin 2 ja mal eben helfen. Aber vielleicht weiß Calvin oder hat Calvin 2 da eine Idee. Ja, Gräber, die man ausbuddeln, aber die... Da haben wir ja keine... Da haben wir ja keine... Da haben wir ja keine Nix zum Buddeln. Da haben wir ja vorhin gucken können, ja. Oder können wir da irgendwie... Erstmal hier nochmal ein Cook Fleisch. Hm. Hm, hm. Ja, oder ist das noch zu... Nee, aber es wird doch nicht... Kann ja... Kann ja eigentlich nicht zu früh sein. Da sind nochmal welche. Hat denn jemand nochmal genug Stuff dabei für ne... für ne Sprengbombe? Ich guck mal. Also ich könnte Granate draufwerfen, aber... Ob das jetzt die Lösung ist... Was braucht man denn da noch? Zeitbombe. Ja, Münzen, Draht und so'n Scheiß hab ich nicht. Nee, Münzen fehlen mir. In Münzen hätt ich noch eine jetzt. Äh, das ist aber... Das ist aber... Gibt's denn hier in der Gegend irgendwas, wenn der rummer ist? Hm, Kopf ab! Ja, dann... Ja, dann, ähm... Guck mal, hier sind noch mehr Gräber. Oh, wo? Hier kann man graben. Also hier gibt's, äh... Ein Schaufensymbol. Aha. Ja, dann ist das da vielleicht einfach noch nicht angezeigt. Nee, vielleicht gibt's ja dann auch irgendwo in der Nähe ein Schaufel. Weil wenn hier so viele Gräber sind... Entschuldigung, wissen Sie vielleicht, wo hier eine Schippe ist? Nee. Uiuiui. Ist das denn ein Baukern oder... Ich denke, dass man eine findet. Denk ich auch. Hier unten ist ein Teich. Ich guck mal bei dem Teich. Ist da irgendwas so in der Nähe? Zwei Schildkröten, das war's. Zwei Chillkröten. Ja, da müssen wir, äh, hier später hin. Da müssen wir... Dann fehlt uns hier noch irgendwas. Also ich bin rein vom Signal her sehr sicher, dass das hier drin ist. Ich mein, ich könnte mal eine Granate hinwerfen, aber... Achtung, ich werf mal eine Granate hin. Hm. Das hat nix gemacht. Ich hab jetzt alle Gleiter kaputt. Ja, alle Gleiter kaputt. Naja. Müssen wir wahrscheinlich erst eine Schaufel finden, aber dann ist es ja auf der Karte eh noch angezeigt. Dann können wir ja dann noch hin. Mh... Mh... Gut, unsere Basis? Ja, ja, würde ich sagen. Die müsste ja dann in der Richtung sein, ja. Vielleicht können wir hier vorne ja von der Klippe springen. Oh, da ist ein... Fleischklops. Beziehungsweise einer in Fleischklops-Kleidung. In Fleischklops-Kleidung. Moin. Im Lady Gaga-Kostüm. Hier ist alles voll mit, äh, Leuten. Ah, das reicht leider gerade so nicht zum Fliegen. Ja. Es reicht, dass man den Gleiter gerade so verliert. Ja. Aber das könnte ja... Da oben ist eine Klippe, da gehe ich hoch und dann springe ich von da runter. Und dann fliege ich außen am Strand entlang zur Base. Und dann müssen wir irgendwie einen Parkplatz bauen für unsere Gleiter, so einen Hangar. Ja, ansonsten die kann man ja unten am Strand da hinlegen, da ist ja genügend Platz. Ja, ich hoffe, die bleiben da, äh. Die spawnen nicht irgendwie. Jetzt muss ich mir aber gleich erstmal meine... Was? Jetzt muss ich mir aber gleich erstmal meine Flugroute hier mal ein bisschen raussuchen. Aber steuern lässt das Ding sich eigentlich ganz, ganz gut. Mhm. Ja, wenn man es mal raus hat, ne? Erstaunlich, ja. Oh, da unten sind Kajaks. Die haben eigentlich mal geilen Stuff gehabt. Ja, vielleicht müssen wir als nächste Mission mal die Insel am Strand umrunden. Ist das hier denn noch tatsächlich eine Insel? Ich glaube, ja. Ja, ne relativ große, aber ja. Ja, ich mein, beim ersten Teil da war es ja, glaube ich, äh, mehr oder weniger eine Landzunge, oder? Ne, war auch eine Insel, glaube ich. Das war die Insel Forrestos Popestos. Der Orgi, Orgi, Orgi confirmt auch gerade, äh, dass es sich um eine Insel handelt. Das spart einem jetzt schon ein bisschen, äh, Laufweg. Oh, was denn das, Alter? Tarnanzug, Ferngast, wäre. Tarnanzug, Ferngast, wäre. Das ist doch geil, wie alle umdrehen. So, jetzt sag ich gleich einfach, haha, verarscht und lock aus. Ja, das weiß ich ja, genau wie die Knarre, ne, die kann man auch der Virginia geben. Die wird dann irgendwann damit auch relativ gut. Mhm, stimmt. Und die verbraucht vor allem keine Munition. Verbraucht keine Munition und jeder Schusseintreffer. Sozusagen keine Nieten. Jetzt guck ich mal, ob das passiert, ob das. Aber dann da oben. Ja, genau, die kann dann irgendwie quasi. Ist ja geil, wenn man der zwei Knarren geben könnte, ne? Oder drei. Hab ich denn da jetzt eben dann gefunden. Mh... Zwei. Mh... Upp. Moin. Erstmal essen. Tarnanzug. Gut, dass man den Gaskocher nicht mitnehmen kann. Wo ist denn der Tarnanzug jetzt hin, hier? Den hast du im Inventar, aber den, ähm... Ich sag mal, das ist besser, wenn, ähm... Also, ich glaub selber... Aber ich weiß gar nicht, ob man selber dann getarnter ist. Die Klamotten sind immer ganz an der Seite. Ja, aber da hab ich nur die taktische Jacke. Dann kann es sein, dass die... Dass du das sogar nur der Virginia geben kannst. Ach so. Aber das weiß ich zufälligerweise, dass man das machen kann. Okay. Ah ja, okay. Ja, da hätt ich auch irgendwas in den Patch-Notes, glaub ich, gelesen. Irgendwas Tarn und Dings. Ich will nochmal kurz am Strand hier gucken, bevor ich da hoch marschiere. Man kann ja zwei Knarren und ne Pumpgang geben. Uh. Okay, also wir geben unsere Knarren gleich einfach alle der Virginia. Die schießt sogar mit jedem Bein. Na, die verballert dann irgendwie... Die ballert dann die Kannibalen rum. Verbraucht dabei keine Munition. Ja, ich dachte mir halt, naja, vielleicht ist hier unten irgendwie eine Schaufel oder so. Deswegen hatte ich mal hier gehalten, aber hier ist nix. Ja, und das Fernglas, ne? Ja, Fernglas auch, genau. Schade eigentlich, ey. Na gut. Ja, die Virginia hat ja bisher auch noch nicht so hundertprozentig irgendwie ne Aufgabe, ne? Die gute Seele des Hauses. Ja, das ist die, auf jeden Fall. Und ich denke, genau wie Calvin, die soll so ein bisschen... Damit du dich nicht alleine fühlst. Ja, was ich allerdings... Und damit du bei Regen ein bisschen was zu gucken hast. Ja, aber ich glaube, ähm... Falsche Beeren? Calvin soll angeblich auch intelligenter gemacht werden. Ja, wir haben ja hier, äh, wir haben ja hier tatsächlich schon den Prototyp. Aber war das nicht sogar so, dass Calvin jetzt momentan schon ein bisschen schlauer ist wie in dem ersten Ding? Hm, kann sein. Ja, was war da, glaube ich. Aber der soll, glaube ich, mal richtig, also später mal richtig, richtig was können. Der kann ja mehr als ich. Ach ja, vielen. Meinst du, das reicht? Ja, hier unser Calvin, Calvin 2, der ist schon... Der funktioniert schon ganz gut. Diese Klippe war da halt nix für mich. Und das? Alter. Also ich habe ja... Keine Frames, äh, keine gedropten Frames durch Renderverzögerung und, äh, auch nicht durch den Stream, also durch Quotierung. Aber, äh, das, äh... Ich muss nochmal gucken, wie ich das so ein bisschen in den Griff kriege mit den... Mit den FPS. Ist spielbar, aber es ist halt alles andere als flüssig. Muss nur noch erzogen werden? Nee, ach. Unser Calvin ist ein guter Calvin. Das ist schon ein bisschen OP. Also auch, dass der so krass gleitet, ne? Ah, der wird bestimmt nochmal gepeckt. Ja, 100 pro. Ich weiß übrigens auch, dass es einen Schlitten gibt. Ja, aber jetzt also für... Gucken, kann man von unserer Klippe aus starten? Weil die haben alle wieder aufgehört mit Sons of the Forest. Ja, wir haben das, äh, wir haben das tatsächlich ja auch recht langsam angefangen. Kann mich jemand aufheben? Äh, ja. Bist du in den Stacheln gelandet, oder? Nein. Und klappt das, oder was? Das war nicht hoch genug bei dir? Äh, nein, ich bin... Das war mein Landeanflug. Achso. An der Ängsten war das da oben, irgendwie. Oh, leu. Ähm. Moment. Äh, ja, hier geht's. Wo soll ich hin? Warum fällt er denn runter? Bin ich? Ist alles schwarz. Echt? Oh, leu. Ist das dumm. Wo bist du? Ich seh dich auch nicht mehr. Weiß nicht, ich seh die Sonne. Dann tust du alles schwarz um dich rum. War es zu spät. Oh, leu. Hier, guck mal auf den Marker. Der ist irgendwo gerade richtig durchgeglitscht. Ah, bist du euch in den Stein durchgeglitscht? Das ist eine gute Frage. Lage ich auf einem Stein? Äh, ja, ja, du lagst ja an der Kante. Bei mir jetzt bist du irgendwie oben. Sozusagen. Oh, ja, du bist im Himmel, Alter. Immerhin. Du bist halt direkt im Himmel. Oh, du fällst. Hä? Jetzt bist du irgendwie, wo bist du jetzt hin? Weiß ich nicht, aber die Sonne verändert, ihre Position nicht. Du bist gerade irgendwie einfach voll in die Hölle. Ich glaube, du musst dich irgendwie mit einer Granate umbringen und dann neu spawnen. Wenn das irgendwie geht. Weil. Ich möchte fast nicht. Jetzt bist du wieder im Himmel. Ich kann mich hier eingeschränkt bewegen. Ja, sonst nehmen wir mal eine Granate raus. Du fliegst hier rum. Ich kann halt nicht ins Inventar, weil ich am Fallen bin die ganze Zeit. Ach. Na, Glückwunsch. Ja gut, du hast zuletzt gespeichert an den Gleitern, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, sonst kannst du ja theoretisch neu laden und dann müsstest du ja von dem Gleiterpunkt aus, also beim nächsten Mal, wo wir dann hier rein spawnen, müsstest du ja dann vom Gleiterpunkt aus starten können, dann müsstest du dir halt nochmal das Fernglas holen. Ja. Theoretisch, ja. Praktisch wird sich das zeigen, ne? Das Fernglas ist cool. Ich mein Gleiter auch mal hier neben. Du kannst jetzt aber nicht nachjoinen, ne? Glaub ich. Ich guck mal. Weder der Gott noch der Teufel will ihn haben. Ja, du bist ja auch bei mir an vorbeigeflogen, also du bist quasi so hoch, also so runtergefallen, dass du wieder von oben gestartet bist. Ja, ich hab ja die ganze Zeit alles schwarz gesehen und die Sonne aber. Ja. Rechtzeitig. Oh. Ich lass mir hier mal so ein abgehangenes Stück Fleisch. Ich guck mal gerade, was unsere Fischreuse sagt. Ich bin zurück, aber hier ist kein Gleiter mehr. Ja, aber dein Gleiter bestimmt hier ist noch. Ah, dann. Hier sind noch Fische, übrigens, in der Reuse, also einer mindestens, der jetzt gerade Richtung Bach rutscht. Gelb in 2 ist, äh, disconnected? Mhm. Ich denke auch, äh, ich mein, wir sind jetzt zeitlich auch so langsam, aber sicher in Richtung Feierabend, sag ich mal. Ich speichere mal eben. Na ja, ich hoffe, Anker hat auch vorher gespeichert. Ja, und wenn nicht. Kevin 2 muss morgen arbeiten, ja? Der Rest hier wahrscheinlich auch. Also, ich glaub, da wird's nicht, aber. Also, müssen schon, aber, äh, von zu Hause. Ja. Ja, aber du bist jetzt hier schon mehr, okay, du kommst jetzt quasi zu Fuß hierhin, ja? Ja. Okay. Können wir das ja auch eben abwarten. Auf jeden Fall interessant. Ja, fand ich auch. Und wir haben noch nichts gesehen, ne? Mega gute Steuerung, also, die, äh, leider. Das auf jeden Fall. Man sollte nur aufpassen, dass man nicht abstürzt, das ist, äh, gefährlich. Ja. Äh, landen kannst du mit denen ja eigentlich auch ganz gut, wenn du halt einfach, äh, die Geschwindigkeit abbaust. Also, im Grunde genommen mit S hoch gehst und dann merkst du gleichzeitig, wie du die Geschwindigkeit abbaust und dann sinkst du dann dementsprechend zum Boden. Brauchst du nicht so eine, so eine Sturzlandung hinlegen, sag ich mal. Die aber auch ging, wenn man jetzt nicht gerade hier auf dem Felsen landet. Ja, gut, aber ich sag mal, wenn du halt auf den Füßen landen kannst, ist es ja immer nochmal ganz angenehm. Aber das, das sorgt doch theoretisch für ein neues Bauprojekt, was wir jetzt dann haben. Aber ich sag mal, wenn wir das Dach gemacht haben, dann sollten wir auf jeden Fall auch nochmal so einen Turm, so einen Absprungturm bauen. Damit wir von da oben immer abspringen können und dann irgendwie hier so ein gutes Stück immer über die Karte fliegen. Wäre nicht so verkehrt. Wenn die Gleiter bleiben. Wenn sie bleiben, das werden wir dann sehen, ja. Ja, also ich glaube, Ziel sollte einfach sein, oben vom Berggipfel mal mit den Dingern da runter zu springen. Ja, aber da muss man ja dann voll hochlaufen. Ja, gut, aber will ich da mal. Also man kann hier von der Klippe aus starten, das funktioniert. Also wenn ich jetzt hier, äh, losspringe, ne, dann... Ja, aber du kannst halt keine Höhe wirklich effektiv aufbauen. Ne. Das ist dieses Problem halt. Das ist halt meine ich irgendwie, aber ich sag mal, so ein Türmchen in einer gewissen Höhe würde auf jeden Fall mal dafür sorgen, dass man ein gutes Stück von der Karte so abfliegen kann. Oh, ich hab ne, äh, Meeresschildkröte erledigt. Ne Meeres? Ja. Jetzt ein Schildkrötenpanzer. Ach, okay. Die sind deutlich größer. Ja, klar, gerne, Anker. Ne Schaufel. Ich muss nur mal gucken, also ich hoffe, dass die ja... Das wird leider noch ein bisschen dauern, das weiß ich ja, ne? Delicated Server wären halt geil. Weil, ähm, ich sag mal, also das klingt jetzt ein bisschen doof, ne? Aber jetzt ist eine Person weniger hier auf dem Server und jetzt läuft's auf jeden Fall auch nochmal eine Ecke flüssiger, ne? Das zieht halt echt tatsächlich Leistung. Äh, mit mehreren Leuten so auf dem, auf dem, äh, Server hier. Und, äh, mein Rechner ist zwar jetzt nicht der schlechteste, aber... Ist jetzt auch nicht, äh, irgendwas mega krass besonderes. Vielleicht kann ich ja was auf meinem Nase anbieten. Ja, das wär, das wär natürlich irgendwie ne Lösung dann. Aber erstmal müssen ja die scheiß Dedicated Server rausbringen. Und ich weiß, äh, von dem Dev-Discord, äh, dass das aber im Moment keine Priorität für die hat. Was auch, äh, okay ist. Ich meine, es gibt hier genug andere Baustellen, die ja im Moment noch spielentscheidend wären, ne? Ich find, die letzten Patches, die die gemacht haben, die haben auf jeden Fall schon Sinn gemacht. Wir haben jetzt noch nicht so viel ausprobiert. Aber vielleicht probieren wir das irgendwie, ähm, irgendwie offstream nochmal aus, hier ein Tor reinzubauen und sowas. Ich will auch den Zaun ein bisschen verkleinern. Und das hier gerne auch nochmal ein bisschen umbauen. Dann fehlt hier, wie gesagt, an dem Häuschen noch das Dach. Ich find die Konstruktion, die wir hier gemacht haben, eigentlich ganz geil. Und das hier ist immer ein bisschen clumsy reinzukommen. Aber dafür kommen halt die Eingeborenen da nicht rein. Hast du da einen Stein geworfen? Ja. Mach das Schaden? Glaube nicht. Doch, wenn du triffst. Ein bisschen. Aber ich brauch die, ich brauch die kleinen Steinchen für Pfeile. Jetzt die Frage, wenn du den wirfst, ob ich den so schnell fangen kann. Ach so, oh, ja, ich, ja. Meinst du, dass du das, äh... Ich drück die ganze Zeit eh. Wirf mal einen, wirf mal einen. Ne, aua. Aber jetzt ist es auch noch dunkel. Der arme da war es. Ich kann nur mit der Taschenhand beim Strand langen, das ist kein Problem. Du bist aber doch noch ein ganz schönes Stück weg, ne? Ich müsste jetzt bei den Kajaks ankommen, glaube ich. Stimmt, ja. So dunkel wie im Bärenpopo. Aber wir haben jetzt ja ein bisschen Stoff gesammelt. Wir können eigentlich noch mal ein paar Fackeln hier, äh, bauen, oder? Das ist ja lustig. Das sieht so falsch aus. Können wir die jetzt eigentlich... Warum habe ich jetzt wieder Fische? Gib doch mal, gib doch mal der Virginia bitte den Tarnanzug und sag mir, was du dann davon hältst. Ich habe den Tarnanzug, den du mit mit hast. Das sieht so falsch aus. Den Badeanzug. Ja, ja. Aber wenn du den dann... Ich habe ja den Tarnanzug auch nicht. Ne, doch. Du kannst dir den geben. Aber ich habe ja keinen. Ich wüsste nicht, wann ich den aufgesammelt habe. Ah, doch, hier. So. Ja. Das sieht aus, als hätte ich sie noch da mit drin, ne? Als hättest du sie noch mit drin. Sozusagen einmal komplett gefüllt. Ja, wenn wir der noch die Knarre geben, dann geht die voll ab. Ich warte dann, bis ich die Schrotflinte finde. Ein Schrotflintenteil habe ich ja schon gefunden. Ach, die hat einen Hasen gebracht. Nice. Oh, naja. Hasen aufhängen. Ist ja noch Platz für Hase. Ja. Oh. So, warte mal. Ich muss jetzt mal hier gucken. War das bei Deko oder was? So Leuchtfackeln für... Bei Feuer, glaube ich. Die Kopffackeln, meinst du? Oder Wandfackeln. In die Wandfackeln. Ich mache nochmal hier eine. Natürlich weh mir jetzt einen Stock. Ich habe leider auch gerade... Ja, wir haben ein paar Stoffe gesammelt, deshalb. Weiß mal hier nochmal... Die Dinger anbauen. Vielleicht mal eine Fackel an das Haus machen, ne? Oder das Haus selber ist halt... Also ich würde mal vielleicht eigentlich ans Haus machen, weil es da einfach so dunkle... Du hast doch auch Stoff und so. Mach doch. Ich möchte es mal jetzt nicht verschwenden. Ach. Aber hier gibt es ja auch so eine Standfackel, vielleicht ist die ein bisschen cooler. Das ist aber schon ganz nice jetzt hier. Das ist ganz cozy. Wie viel Stoff habe ich denn jetzt noch? Ein. Naja. Standfeuer. Ist jetzt nicht so schlimm. Mir sammle ich halt morgen nochmal Stoff. Ich glaube, da ist ja auch immer, wenn man spawnt oder so, ist ja auch immer Stoff da. Ja. Können wir den ja mal eben mitnehmen. Können der Virginia gleich auch einen GPS-Tender drauf machen. Ich weiß halt nur nicht, ob sie den behält. Wissen wir, wo die ist. Ich würde mal gucken... Wo sind wir denn hier? Vielleicht hier mal so ein Standfeuer hinmachen. Hier an der Ecke. Können wir das ja mal machen. Können wir das hier einfach mal anmachen. Mal gucken. Da brauchst du glaube ich wieder Stöcke. Voll hell, die Taschenlampe. Na jetzt? Das musst du jetzt anzünden, ne? Musst du Feuerzeug rausnehmen. Stimmt, naja. Es ist ja nicht mehr die Standardlichtquelle. Nee. Nee? Braucht das Ding nochmal Stoff? Ah, hier oben muss man den gucken. Ja, nach oben. Ach, ja gut. Jetzt füllen wir es beide an. Aber das macht nicht so hell wie die Wandfackel, ne? Nee, irgendwie nicht. Ah, warte mal die Frage. Ach, ja, wollte du auch gar nicht probieren. Weiß gar nicht, ob man da ein neues hinlegen kann. Ja, irgendwie, doch, das geht. Ich hab ein neues eben hingelegt. Wie ging das? Äh, du musst drauf gucken. Und dann linke Maustaste. Ach, okay. Linke Maustaste, halt klar. Alles klar. Oh, ist anscheinend jetzt voll, ne? Oh, ist der da was, da hinten? Guck mal, ob ich den mit dem Fernlass sehen kann. Ja, ja, ich seh' ihn. Er plündert da wieder heimlicherweise. Sein. Waren die Sachen jetzt auch da, trotz dass wir nicht alle reingeladen haben? Ja. Es spawnt alles wieder. Okay. Könnte man sich hier und da eventuell auch zunutze machen? Also für Stoffe auf jeden Fall. Das ist, finde ich, schon sehr arg Mangelware. Ja. Ich glaub, wenn man irgendwann mal in die Höhlen geht. Wir waren ja auch jetzt noch, genau, wollte grad sagen, wir waren ja auch nicht in Höhlen oder eben. Ich mach jetzt mal hier ein bisschen. Ich glaub, wenn du mal wirklich irgendwo hingehst und nicht nur die Camps machst, ich glaub, dann kannst du da schon von mir rausholen, wenn du mal wirklich in so eine Höhle mit reingehst. Oh, hier ein paar Täschchen aufmachen. Ich glaub, ich schmeiß dir die ganze Zeit das Klebeband weg, aber... Was mich so ein bisschen wundert ist, oder vielleicht kommt das später nochmal, ist, ähm... Ob du wie früher halt deine Waffen verbessern kannst. Weil du konntest ja früher noch mit Zehen und so weiter, konntest ja deine Axt verbessern. Ja, das gibt's nicht mehr. Also, ähm... Mit Zehen die Axt zu verbessern, ne? Ja, aber zumindest, dass du damit irgendwas machen kannst, also mit... Okay, wenn eins chillt, hier seine Base, äh... Okay, wenn eins chillt, hier seine Base, äh... Hier, stell' mir vor, der Davids glitscht jetzt hier nochmal durch den Boden. Das Spiel ist nicht auszutricksen. Äh, angekommen. Dann komm mal schnell speichern und schlafen. Ja. Warte mal. Ähm... Bin am speichern. So. Äh, bin am schlafen. Versuchen. Ja, ein Schläfer fehlt noch. Ja, ich hab grad die Tür abgeschlossen. Ja, ich hab grad nicht mehr 좋아s, warum? Ja, ich hab gleich nodig.